Hallo Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Final Fantasy 7 Rebirth. Wir haben letztes Jahr mal die Schreine für Barmuth gemacht. Ich halte was davon... Genau, die habe ich noch gar nicht gekauft. Okay, einmal magische Verkettung, Toxin und Gestein. Was ist Sprung? Das erinnert mich ein bisschen an Final Fantasy 9. Und dafür habe ich noch nicht genug. Ja, okay, das machen wir aber heute noch. Dann holen wir das auf jeden Fall. Was wir als allererstes machen, ist aber uns Barmuth krallen. Oh, ja, 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 ja. Oh, ja, 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 ja. Okay, der zeigt mir gleich mal, wo der Frosch die Locken hat. Keine Schwächen, das ist schon mal schlecht. Die gebundenen Sonderpartikel ab, die bei Berührung haften und nach einer gewissen Zeit explodieren. Durch Einsatz einer Synchroaktion oder Synchrofertigkeit kannst du dich der Perfekt erledigen und einen schockfälligen Zustand hervorrufen. Außerdem werden dadurch schwebende Partikel zerstört. Ich zähle auf dich. Hier kommt Barret! Wie schmeckt ihr ab? Ja, das mag er nicht gleich so. Ja, super. Ja, super. Ich mach mal Impuls, das ladet seine Schockleiste aber nicht wirklich auf. Äh, was wird das? Okay. Tiefen mit Rückwärtsseitung drauf. Er ist jetzt schockanfällig. Ja, wenn er schockanfällig ist, funktioniert das. Ach, Schaden vorbei. So, jetzt müssen wir tiefer mal ein bisschen hier nachholen, damit wir eine Synchrofähigkeit raushauen können. Und wenn er das macht, müssen wir mit Barret drauf. Damit wir mit maximaler Wut die Flügel stutzen können. Ich heil mich mal vorsichtshalber. Ja, das wurde gecancelt. Richtig? Richtig. Also langsam treibst du es mir zu bunt hier. Tifa muss ganz dringend eine ATP-List. Okay, Tifa ist tot. Ah, er lässt ja leben. Okay. Dann schnell aufheilen. Natürlich. Wieso kann ich hier keine Gegenstände einsetzen? Weil er seine Partikel auflacht. Ach, weil das ein S-Bag-Kampf ist, ne? Dann darf ich das nicht. Richtig? Das ist schlecht. Ja, gut, ne? Dass der Heiler gestorben ist, ist natürlich ganz super. Okay, dann muss ich mich mit Gegenständen heilen. Das war's dann. Verdammt. Cloud? Ach, ich darf keine Gegenstände benutzen. Scheiße. Auf die Zwerge. Hab schon Vorarbeit erreicht. Hier ist das Lächter. Das tut weg. Hier kommt man. Spann die Schirme auf. Jetzt hake es bleiben. Ich sehe nicht. Ach so. Autsch. Ja, Barret ist auch kampfunfähig. Jetzt muss ich das mit Cloud retten. Ja, gut. Ja, ich... Mein Healer darf mir nicht verrecken. Ich hab vergessen, dass ich im Simulator keine Gegenstände benutzen darf. Jetzt hab ich hier das Sack. Was soll der Scheiß? Na? Nicht so nah. Übernehme mal. Es geht los. Nachschlag. Ich zähl auf dich. Ich übernehme. Ich versuche mal ein bisschen mehr auf Schock zu gehen. Ich versuche mal ein bisschen mehr auf Schock zu gehen. Ich versuche mal ein bisschen mehr auf Schock zu gehen. Das ist das. Viel Erfolg. Nicht übertreiben. Jetzt kann ich dir das sagen. Verzieh dich. Da geht noch was. Da also. Na? Einmal. Lass mich. Lass mich. Ich zauber mal auf allen Regena. Ja, das klappt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Was auf keinen Fall passieren darf, ist, dass sie stirbt. Warum? Tiefer, sofort auffeilen. Und zwar dich selber. Ja, er ist schockanfällig. Da geht noch was, da hat's auch. Da geht noch was, da geht noch was, da geht noch was, da geht noch was. Aua! Okay, wer ist wichtiger? Ja, ich heile Klaub mal auf. Sie kann ja gleich sofort nochmal. Ja, er ist geschockt. Das war's. Ah, scheiße, ich hab nur begrenzt. Dann beschwört Cloud nicht Alexander. Jetzt beschwört Cloud Alexander. Und tiefer Haupt mit Salto drauf. Was brauchst du noch für Synchro-Fähigkeiten? Ja, Spiralsprung können wir gleich machen, wenn ich eine Fähigkeit eingesetzt habe. Machen wir ganz schnell rückwärts Salto. So, auf ihn drauf. Holy Shit! Wenn der als Esper genauso viel drauf hat, dann ist das nicht schlecht. Das war ein fantastischer Kampf gegen Neobahamut. Einen Sieg gegen den Gott der Zerstörung. Das habe selbst ich nicht vorhersehen können. Grenzen sind wirklich da, um sie zu überschreiten. Mit seiner gewaltigen Macht an eurer Seite könnt ihr jedes Hindernis zerstören, das sich euch auf eurer Reise in den Weg stellt. Ja. Ich bin schon sehr gespannt, wo ich dir das nehme. Wow! So, wen geben wir denn Bahamut? Cloud hat Alexander... Ich glaube, wir geben Barret das. Der hat Felix, glaube ich, ne? Ja. Oh, Kujata habe ich auch nur gar nicht ausgerüstet. Was bewirkt denn? Magische Attacke minus 4, da minus 8. Ja, dann geben wir das Barret und tiefer kriegt Neobahamut. Die hat jetzt Titan. Okay, dann machen wir gerade noch die restlichen Weltberichte. Matte zurecht. Oah, jetzt bin ich dran. Das müsste dann hier irgendwo sein, ne? Ah ja. Da. Da liegt er schon. Vom Gehild? Nach dem Kampf? Irrner Simulator? Ja ok. Ich empfange Signale eines außergewaltens whoever. Okay, elementare Schwäche ausnutzen. Was ist denn deine elementare Schwäche? Blitz. Wenn es einen heraufbeschworenen Wirbelsturm in der Umgebung loslässt, kann es schockanfällig gemacht werden, okay. Du hast Blitz, ne? Ja. Jetzt ist er schockanfällig. So. So, wir können gleich was beschwören. Barmut habe ich tiefer gegeben, ne? Wieso kann ich die nicht beschwören? So, jetzt kann ich. Hol die mal her, was kann der? So, Barmut hat zufällig gerade zwei Dings. Er kann auch nur auf zwei. Schatten-Eclipse Plus. Feuert magische Geschosse ab. Infernadische Entfessel. Der Fesselmeere aufeinander verga. Ja, das mach mal. Ich mach das. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. So, und dann mach mal das andere. Das mag so aussehen, aber das war es nicht. Ausgezeichnete Leistung klappt. Damit sind die Kampfaufträge für die Cosmo-Region abgeschlossen. Die Kämpfe mit den Ungeheuren waren allesamt genauso hart wie die raue Landschaft, in der sie leben. Ohne meine Unterstützung hätte es das ein oder andere Mal wirklich böse enden können. Na klar. Der Meinung bist du doch auch Meister. Die Daten, die wir den Kreaturen entnommen haben, ließen sich für eine neue Kampfsimulation verwenden. Sie steht ihnen unfreut zur Verfügung. Sag mal, ignorierst du mich? Ja, da fehlt nur noch die letzte Lebensquelle. Der Vogel ist schon ganz zittrig und will mich hinführen. So, und dann müsste ja der spezielle Mob noch fehlen, der dann freigescheidet wird. Ich habe den Aufenthaltsort eines fürchterlichen Wesens ermittelt. Ein bösartiger Drache, der im Cosmo schlummerte, hat seine Flügel gespreizt. Wenn wir sie ihm nicht stutzen, stammt das Rot der Böden bald vom Blut seiner Opfer. Okay, noch ein Drache. Okay, wie komme ich am besten zu dir hin? Ich gehe erstmal da hin, weil ich mich heilen muss. Geh mal runter, da Cloud. Also mit Barmuth hatten wir ja gerade einen Drachen. Was ist das für einer? Ich könnte mich da ja hinporten, aber ich porte mich mal da hin. Ich glaube, das ist nämlich unten. Was ist das hier? Oh, ne, hier unten ist eine Sackgasse. Moment, dann gehen wir wieder da drauf. Ich kann da ja mit den Schokobolanten. Ah, ich komme da jetzt nicht hoch. Oder ist das doch da oben? Wieso postiert er mich jetzt hier hin? Ich würde sagen, das ist da unten. Aber wie kommt man denn da? Oh, ich glaube, ich weiß auch. Hier war irgendwie eine Höhle. Die nicht wirklich... ...zu was gut war. Die war hier so rum, glaube ich. Oder war das hier? Muss. Hier war irgendwo eine Höhle. Da, 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 da ist sie. Aber das ist von der Quelle. Wenn ich jetzt wüsste, wo das war. Hier auf der Karte gibt es so einen kleinen Gang, der hier hochführt. Aber das war was... Ah, obwohl, könnte vielleicht passen. Ja, hier war diese Skorpionkacke. Ich glaube, ich bin auf den richtigen Dampfer. Hier irgendwo muss der Zugang sein. Ja, und hier war eine andere Herausforderung. Und ich bin auch ganz weit weg auf einmal. Ach komm, das ist doch scheiße. Wie soll ich da hinkommen? Da muss doch irgendwas sein. Ich suche das mal, Leute. Sag mal, Leute. Wie blind bin ich eigentlich? Hier, genau davor, ist eine dicke, fette Höhle. Wie blind kann man sein? Es tut mir leid. Ui, 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 ui. Das wird heute wieder peinlich. Oder ist es bereits? Cloud, wir sind im Habitat des Jabberwock angekommen. In was? Es gibt kaum Informationen über dieses mysteriöse Lebewesen in meiner Datenbank. Wir sollten uns umfassend vorbereiten. Also, ich kenne Jabberwocky. Das war ein Monster aus Secret of Mana. Das war ein zweiköpfiger Drache. Ohne Arme. Schauen wir mal, wie der hier so aussieht. Der hat nur einen Kopf. Definitiv nicht. Ein Drache, der gegen Feuer anfällig ist, okay. Greifst du den Drachen mit einer mächtigen Antacke an, der seine elementare Schwäche ausnutzt oder auf 15 Jahren bestimmte Männern schadet, so löst sich sein Gorgonen-Schild auf und er wird schockanfällig, okay. Okay, ich habe ihn mit Feuer angegriffen, aber er wurde nicht schockanfällig. Aber da stand auch was von einer gewissen Menge an Schaben, ne. Achso, jetzt macht er dieses Schild. Und jetzt muss ich Feuer machen, damit das aufgelöst wird. Oh, jetzt schockanfällig, komm, 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 komm! Lass mich mal an. Volle Kraft! Ich bin an deiner Waffe. Du bist mit! Zack! Na? Jetzt gehörst du mir! Na? Ich durchlöckere dich wie ein Sieg! Ah, der ist jetzt wieder so hart. Nutzen wir mal ein bisschen auf, dass wir umsonst zaubern können. So, dann wollen wir mal uns Kujata auch angucken. Dafür braucht ihr bestimmt auch zwei ATB-Einheiten, oder? Ah, der braucht nur eine, okay. Let's go! So, siehs ruhig rechtlich aus! Auf die zwölf! Der Kampf beginnt fantastischer Kampfstil! Komm schon! Angeh Arbeit! Gib auf dich ab! Zieh nicht zurück! Was hat der? Oh, der hat drei verschiedene Fähigkeiten! Was kann der denn so? Wilder Wolle! Fühlt ein unwutem Sturm, schießt ein feuriges Schuss ab, schießt ein einziges Schuss ab. Ah, so, das sind seine drei Elemente. Ja, dem machen wir doch Feuer! Das mag der Drache ja nicht! Ja, der Fick klaut was! Ja, der Fick klaut was! Ja! Dann übernimm! Ja! 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 Meisterleistung! Viel Erfolg! Ich mach das! Nimm das! Dann übernimm! Jetzt kann ich ihr das sagen! Mach mal wilder Bulle! Ah, schade! Wimper 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 wimper! Exzellente Arbeit, Cloud! Die gewonnenen Daten werden uns von großem Nutzen sein. Die Datenanalyse dieses langlebigen Drachen wird uns Einblicke in die Geschichte Kosmo Canyons geben. Immer nur Daten, Daten, Daten! Kannst du nicht einmal an Clouds Wohlergehen denken? Cloud, bist du auch nicht verletzt? Deine Sorgen sind unbegründet, Mai. Ich habe stets ein Auge auf Clouds Vitalfunktion. Daher sehe ich auf den ersten Blick, ob bei ihm eine Verletzung vorliegt. Was deine Verpassung angeht, bin ich besser im Bilde als du selbst, Cloud. Sei also unbesorgt. Das ist sehr wertvolles Material, was wir da erhalten haben. Das lässt sich womöglich irgendwann für eine Synthese verwenden. Gib acht, dass es dir nicht abhanden kommt. Ja, ja. Kosmo Canyon damit auch zu 100% abgeschlossen, Leute. Wir sind doch noch nicht fertig. Ich habe den Fotofritzen vergessen. So trifft man sich wieder. Wie wäre es mit einem Foto, wie du zum Planeten betest? Okay. Kosmo Canyon ist berühmt für die klare Sicht auf den weiten Sternenhimmel. Ich bin natürlich bestens ausgerüstet für die Nachtfotografie. Heute bleibe ich so lange wach, bis ich das perfekte Bild habe. Sag Bescheid, falls du einen schönen Ort für Fotos kennst. Wo ist das? Auf der Klippe. Auf der Klippe. Das müsste ja dann hier in der Nähe von Parcours sein. Müsste ich dann nicht da oben irgendwie rauf? Ja, da kann ich ja rauf. Das ist hier an Eingang direkt. Mir gefällt das nicht, dass ich mich immer weiter von Ort entfernt. Aber es gibt ja auch keine andere Möglichkeit. Okay, das ist schlecht. Das ist ganz woanders. Ich habe das Gefühl, ich bin falsch, Leute. Kann man das Schild irgendwo sehen, wo man ein Foto machen soll? Da unten. Wie komme ich da hin? Da ist was zum Springen, was ich nicht aktiviert habe. Okay, ich glaube, ich komme da so hin. Wollen wir schon mal in den Vogel raus? Vogel? Da? Ja, das sind Sprungschanzen. Kann ich da runterspringen? Wieso darf ich hier nicht runterspringen? Ich muss da ja irgendwie hin... Wie kommt man denn dann da hin? Das muss ja von hier irgendwie gehen. Ja, lasst mich in Ruhe. Ich habe keine Lust auf euch. Das sind lauter Sprungschanzen, die ich quasi geskippt habe. Ich muss da irgendwie runterkommen können. Ähm... Moment. Von hier? Ah, da ist eine. Ne, das ist ein Parcours. Da darf ich nicht runterspringen. Okay, ich muss wieder suchen. So, ich habe es gefunden. Direkt neben der Ranch ist eine Plattform, womit man runter kann. Das ist dann also doch simpler als gedacht. So. Machen wir ein schickes Foto. Hier, der sieht doch klasse aus, ne? So, dann wollen wir das Foto noch abgeben. Ich danke dir, dass du mir diese wunderschöne Landschaft gezeigt hast. Ob du es glaubst oder nicht. Die Fotograffreunde haben dich offiziell zur Ablichtgestalt ernannt. Okay. Ich denke, du brauchst bald ein eigenes Atelier. Oder was hältst du von einer Wanderausstellung deiner Fotos um die ganze Welt? Auf jeden Fall sollten möglichst viele Leute sie sehen. Yay. Noch ein Foto in der Nibelheim-Region. Und dann sehen wir, was es für diese Fotos gibt. Weil bisher habe ich noch gar nichts bekommen. Aber ja, das ist dann Stoff für zukünftige Folgen, Leute. Vielen Dank für's Einschalten. Und ciao. Ciao.